Kabeljournal GmbH Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Sehen Sie jetzt in ErzTV Kompakt Platz für Findige, schönes Angebot in Annaberg. Platz für Forscher, tolle Bestätigung in Johannstadt und Platz für Fahrräder, neuer Service in Schwarzenberg. Glück auf Erzgebirge. Schön, dass Sie die Woche mit uns ausklingen lassen. Eine Woche, die wie so oft nicht nur Sonnenseiten hatte. Aber der Sommer geht ja noch eine Weile. Bunt gefächert und breit ist das Sommerangebot in Annaberg-Buchholz. Über und unter Tage locken zahlreiche Angebote. Den Höhepunkt bildet das bereits häufig auch bei uns angesprochene erste internationale Märchenfilmfestival Fabulix. Vom 23. bis zum 27. August lädt es mit 27 wunderbaren Märchenfilmen, Filmpremieren, Workshops und Lesungen einer außergewöhnlichen Ausstellung von Kostümen und Requisiten aus den tschechischen Barandorf-Studios sowie dem Besuch mehrerer Promis in die Kreisstadt ein. Wir wollen jetzt aber nicht darüber reden, was in sechs Wochen ist. Schauen wir auf ein Angebot, was schon heute nach Annaberg-Buchholz einlädt. Genauer gesagt an den Pöhlberg. An der Auffahrt zum Pöhlberg, etwa 300 Meter oberhalb des Tiergeheges in Annaberg-Buchholz, lädt der englische Künstler Glenn West dazu ein, auf verschlungenen Wegen die Geheimnisse des Pöhlbergwaldes zu entdecken. Der Titel von dieser Kunstinstallation heißt Zauberwelt. In jedes Märchen kommt hier ein Magic Forest, Zauberwelt. Aber für mich ist es auch Zauberwelt. So wenn die Schulkinder kommt, und ich erzähle jetzt, es ist über mit Plastik in Nature, über Recycling. Was ist böse? Wir haben Probleme mit Plastik. Und ich finde, der beste Weg ist der Kontrast. Der Erstmal, oh, wie viel Plastik im Wald? Ist der Kontrast zusammen? Denn wir können starten die Diskussion über Recycling. Aber was passiert hier? Die Leute müssen nicht hier Littering machen. Keine Ahnung, was das ist im Deutsch. Dann Schrott überall. Die meisten Leute laufen vorbei. Oh, ist nicht mein Problem. Andere Leute kommen hier und sauber machen für mich. Nee. Und das ist, warum ich hier den Ehrgarten gemacht habe. So wir starten dann die Diskussion. Ich habe viel Kritik über das. Aber das ist korrekt. Im Zauberwald hat der jetzt in Annaberg-Buchholz beheimatete Engländer auf einem Hektar Wald aus 277 Bäumen und etwa 15 Kilometern weißer, schwarzer und transparenter Stretchfolie ein Labyrinth geschaffen. Darin sind acht Tierstempel versteckt. Sie müssen gefunden werden und auf einer Stempelkarte markiert werden. Ist die Stempelkarte komplett, so winken kleine Preise. Bis zum 24. August läuft das Suchspiel Die Gans, die goldene Eier legt. Jeweils donnerstags können von 15 bis 16 Uhr goldene Eier gesucht werden. In den Eiern findet sich Spiel- und Naschwerk oder Gutscheine. Am 21. Juli steigt ab 20 Uhr eine Taschenlampenparty mit Live-Musik von Sterni und Freunden. Die Stadt freut der Zauberwald auch, denn die Installation passt gut zum internationalen Märchenfilmfestival Fabulix. Der Zauberwald ist bis zum 28. August von 14 bis 18 Uhr öffentlich zugänglich. Vormittags können Gruppen nach vorheriger Anmeldung von 10 bis 12 Uhr den Irrgarten besuchen. Klaus, der Igel, beobachtet derweil alle Umweltzünder, die achtlos Müll in den Wald werfen oder die Natur mutwillig zerstören. Das Erzgebirge im Kompaktüberblick am Freitag. Bis Ende Juni sind im Erzgebirgskreis 29 neue Schadstellen registriert worden, die auf Altbergbau zurückgehen. Das geht aus einer Antwort des sächsischen Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Kraus hervor. In keinem anderen Landkreis gibt es so viele Hinterlassenschaften aus dem Mittelalter, die saniert werden müssen, sagte Kraus. Die Hälfte aller sächsischen Schadstellen liege im Erzgebirgskreis. 3,2 Millionen Euro gibt der Freistaat für bereits laufende Sanierungsmaßnahmen im Kreis aus. Die größten Projekte sind laut Kraus dabei am Kirschplatz in Schneeberg, an der B169 in Schneeberg-Wolfgang-Maßen und der Tagesbruch auf dem Weg am Zwöhnitzer Friedhof. Neu beginnen soll in diesem Jahr die Sanierung des Alexanderschachtes in Waschleite, des Tagbruchs Gerstenbergweg in Eibenstock und eines Schachtes in der Schwefelwerkstraße in Johann-Georgenstadt. Der Schulhof am Gymnasium in Marienberg wird naturnah umgestaltet. Schüler, die am Projekt beteiligt wurden, pflanzten dabei unter anderem ca. 560 Wildpflanzen und Wildsträucher. Zudem entstanden verschiedene Sitzbereiche. Natursteinmauern und Baumstämme begrenzen die neuen Wildpflanzbereiche und strukturieren das neue Außengelände. Eine Quattro-Hänge-Sitzschaukel und eine Pergola werden den neuen Schulhof noch vervollständigen. Die Werterhaltungsmaßnahme soll Ende Juli abgeschlossen werden. Der Erzgebirgskreis bezuschuste die Maßnahme als Träger der Einrichtung mit 28.500 Euro. Es wird gebaut und gesperrt. Am 17. und 18. Juli in Niederwörschnitz die Hartensteiner Straße im Bereich Querweg bis Haus Nummer 5a. Der Grund der Sperrung sind Asphaltarbeiten. In Jansdorf ist ab Montag die Kreisstraße 8803 ebenfalls wegen Asphaltarbeiten für vier Tage gesperrt. Gasleitungen werden in Gehlenau ausgewechselt. Deswegen ist dort die Straße der Einheit in Höhe Einmündung Weg zur Feinspinnerei von Montag ab bis zum 4. August vollgesperrt. Eine Umleitung ist jeweils ausgewiesen. Die Schwarzenberger Altstadt ist derzeit eine Baustelle. Die obere Schlossstraße wird gebaut und damit auch barriereärmer. Denn das historische Altstadtpflaster, die hohen Bordsteine und die vielen unebenen Anstiege bereiteten bisher vor allem Menschen mit Handicap Probleme. Auch auf ein Problem, mit dem Fahrradfahrer bisher in Schwarzenberg kämpften, wurde reagiert. Die Stadt hat in der Innenstadt mehrere Fahrradständer installieren lassen, 17 an der Zahl. In Stolberg geht der Umbau an der Straßenbeleuchtung weiter. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden im Zeitraum vom 17. Juli bis 31. August im Bereich Wiesenstraße, Molkereistraße und Fabrikstraße energieeffiziente LED-Leuchten installiert. Damit soll eine Energieeinsparung von bis zu 91 Prozent erreicht werden. In mehr als 60 Prozent aller sächsischen Kitas und über der Hälfte aller Horte wird regelmäßig geforscht. Jetzt ist auch der Kindergarten Regenbogen in Johann-Georgen-Stadt als Haus der kleinen Forscher anerkannt. Am Donnerstag brachte die Handwerkskammer Chemnitz als lokaler Netzwerkpartner des Projektes die entsprechende Plakette vorbei. Zur Begründung für die Anerkennung heißt es, gemeinsam mit den Kindern entdecken die pädagogischen Fachkräfte der Kita Regenbogen spannende Naturphänomene und fördern mit dieser wichtigen Arbeit die Neugier und Begeisterung der Kinder für Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Der Gefahrenzug des Erzgebirgskreises hat am Donnerstag die Feuerwehr an Lauter-Bernsbach bei einem Einsatz im Bernsbacher Freibad unterstützt. Dort waren circa 30 Liter 37-prozentiger Schwefelsäure in ein für solche Fälle vorgesehenes Rückhaltebecken geflossen, weil sich in der Nacht ein Schlauch von einem Behälter gelöst hatte. Der Bademeister informierte daraufhin, wie vorgeschrieben die Feuerwehr. Schwefelsäure wird in Freibädern verwendet, um den pH-Wert zu senken. Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit. Zu einem Bungalobrand am Greifenbach-Stauweiher wurden am Donnerstagabend die Feuerwehren aus Geier und Ehrenfriedersdorf gerufen. Bei Ankunft der Kameraden war ein Bungalow stark verqualmt. Die Eigentümer hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Dabei sah man wieder, wie wichtig Nachbarschaftshilfe ist. Die Nachbarn hatten die Gefahr erkannt und unternahmen erste Löschversuche. Diese waren erfolgreich. Ein brennendes Elektrogerät konnte zügig gelöscht werden. Die Feuerwehr musste daher nur noch mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern suchen. Gefunden wurden keine, das Bungalow wurde gelüftet und konnte an die Eigentümer wieder übergeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren insgesamt über 15 Kameraden. Einsatzleiter Thomas Oeser erwähnte zudem, dass an so einem Gefahrenpunkt viel geübt werde. In zahlreichen Dienststunden übt man den Wasseraufbau und die Zusammenarbeit mit den Wehren, sodass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Mit Eindrücken vom Sommerfest des Altenpflegeheims Gut Klesberg in Schneeberg geht der Nachrichtenüberblick zu Ende. Das Fest wurde am vergangenen Sonnabend zum 27. Mal gefeiert. Neben einem bunten Kinderprogramm und diversen Beratungs- und Informationsangeboten zum Thema Gesundheit wartete auf die Gäste gute Unterhaltung. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Soweit erste Eindrücke vom Sommerfest im Gut Klesberg. In unserer Sendung ERZ-TV, das Magazin, werden wir auf Sommeraktivitäten in Schneeberg zurückkommen. Doch noch nicht in der am Sonnabend beginnenden Sendung. Was den Zuschauer da erwartet, das erfahren Sie jetzt. Ob sich das Reh vor dem sich nahenden Zug retten kann oder nicht und was es mit der Lok auf sich hat, das sehen Sie in unserer neuen Ausgabe von ERZ-TV, das Magazin. So viel sei schon verraten, es geht auf Fahrt mit dem Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde. Sieben Kameraleute sorgten unter anderem mit Actioncams außen am Zug dafür, dass wir ihnen völlig neue Perspektiven versprechen können. Hauptsächlich geht es in der 21-minütigen Reportage um eine traurige Hauptdarstellerin aus Stahl, die die eigene Abschiedstour verpasst. Außerdem geht es im Magazin nach Gaia, einer Stadt, die sich in Feierlaune befindet. Im Wehrturm, wo sich das Museum der Stadt befindet, erfahren wir mehr über die Geschichte des Ortes, bevor in Gaia vom 12. bis 20. August unter anderem 550 Jahre Stadtrecht gefeiert wird. Und nun die Freizeittipps für die nächsten Tage. Aktuell dürfen sich Besucher des Turmmuseums in Gaia über eine Sonderausstellung der königlich privilegierten Schützengilde in der Zinnstube des Heimatmuseums freuen. Damit soll bereits im Vorfeld zu den Feierlichkeiten in der Festwoche im August im besonderen Maße die Historie eines der Geburtstagskinder gewürdigt werden. Anhand von Fotodokumenten, Briefkorrespondenz und einer geweihten Vereinsfahne tritt der Besucher eine Zeitreise zurück ins Jahr 1887 an, in welchem die Schützengilde ihr 300-jähriges Jubiläum beging. Ausgehend von diesem Datum wird die kulturhistorische Bedeutung des ältesten Vereins der Bingestadt aus der Vergangenheit bis in die heutige Zeit näher beleuchtet. Eine Auswahl sehenswerter historischer Waffen aus dem ehemaligen Besitz der geirischen Schützen rundet diese Ausstellung ab. Die Ausstellung ist für die Öffentlichkeit bis Oktober 2017 im Rahmen eines Besuchs des Heimatmuseums zugänglich. Am Sonntag, den 16. Juli, findet im Naturtheater an den Greifensteinen das traditionelle Knacksklub-Kinderfest der Erzgebirgssparkasse statt. Das Event wird auch in diesem Jahr wieder in enger Kooperation mit dem Eduard von Winterstein-Theater Annaberg durchgeführt. Nachdem im vergangenen Jahr der kleine Muck zahlreiche Familien erfreuen konnte, ist in diesem Jahr vor dem Kinderfest ab 15 Uhr Ronja Räubertochter zu erleben. Am Sonntag findet um 14.30 Uhr im Musikpavillon am Kurmittelhaus in Bad Schlemer ein Kurkonzert mit Mundputzer-Duo und Erzbrass statt. Den Zuhörer erwartet ein Mix aus traditioneller erzgebirgischer Musik und Mundart. Der Besuch dieser Veranstaltung ist kostenlos. Und noch eine Vorschau. Laut, rockig und punkig wird es Ende Juli am Schneeberger Strandbad Filzteich zugehen. Zu Silberstrom Rock am Teich haben wir wahre Rocklegenden zu Gast. Mit The Trucks, The Animals and Friends sowie T-Rex The Music of Mark and Mickey wird der Abend des 29. Juli wieder ein unvergessliches Konzerterlebnis. Vor dem Hintergrund der faszinierenden Filzteichkulisse. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Unsere Stammzuschauer kennen Sie. Unsere Vorliebe für kleine Viecher. Vorgestern erst mit dem Trauer Rosenkäfer ein Krabbeltier im Programm, soll die Woche jetzt bei uns mit einem Schmetterling zu Ende gehen. Der Liguster Schwärmer ist ein großer Falter mit dickem, etwa 6 cm langem Körper und einer Spannweite von 80 bis 120 mm. Und bevor ich nun davon flattere, am Wochenende melde ich mich mit ErzTV Woche wieder. Ab Montag ist dann Sven Schimmel bei ErzTV Kompakt wieder zur Stelle. Und damit für heute Glück auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017